Hallo Freunde und Herzlich Willkommen zurück bei TechCon Heute mit, ähm, oh Gott immer noch mit demselben Spistieter. So, und... Okay, wir können ja mal jemanden anders einladen. Oder du. Wie wärst du mal mit, ähm... Ich hab auch keine anderen Freunde. Achso, daran liegt das. Ich hab mich schon gewo... Was geht hier ab? Was? Irgendwas quietscht hier gerade. Ach egal, scheiße. Es quietscht? Ja. Das wär interessant. Find ich auch. Oh, hörst du dieses Klicken? Ist das nicht geil? So vergewaltigst deine Maus. Das ist nicht unbedingt cool. Ah doch, ist richtig geil. So, was ist es? Was? Ein Mädchen! Nein. Äh... Gunpowder? Folgt das. Ach, irgendwie ist er aber scheiße. Ich glaub ich in dem Sand. Père Mutazio und Okay. Dein Handy hat geklingelt. Unprofessionell. UNkröp wishes. Ja, sag ich Sagst du Sag ich Sagst du, hab ich doch gesagt Sage ich Icht So Bringst du mir ein bisschen Ignis mit? Igni, was? Nee, Permutatio Was ist denn Permutatio? Sprich doch mal in Minecraft Sprache Das ist Tomcraft Sprache Ja Und in Minecraft Sprache Permutatio Das hört sich an wie so ein Spanischer Prostituierter Permutatio Ja Ja, schreib mich noch mehr an Peniskopf, Alter Peniskopf, Alter Steht das so im Handy, ne? Peniskopf, Alter Achso, oh, das war die Natürlich Das wär irgendwie witzig Peniskopf, Alter Tüter, ey Ist irgendwie verstirbt Ah, ja, der Peniskopf, ja Schöne Themen, einfach Tüter Ach, da steht LOL Ist das geil Was denn? Okay, ich red mich ab Nicht? Was ist das geil? Es ist einfach geil Was denn? Erst mal 55 Eier Request Wir haben Eier Ach, scheiße Die sind ja Sechse Das ist nirgst Ja, wir haben Eier Also du, weiß ich nicht Aber ich hab Eier Oh, scheiße Es ist ja in meinem System Also, ja Das ist meine Essen Unsere Unser System Das ist verstörend Ja, ein bisschen Aber also ganz leicht Übrigens, ich hab heute Eine Nachricht von jemandem Also, der mit mir Aufnehmen möchte Das heißt Will ich den mit dir Aufnehmen? Ja, das ist mein Geheimnis Ist auch einer meiner Abonnenten Der selbst Videos macht Eee Eee Nein, Spaß Was will er denn Mit dir aufnehmen? Äh, ich glaube Es sind Survival Games Sige Dinge Klar, let's play Keine Sorgen Ich würde auch mit dir Survival Games Aufnehmen, weil du fragst Ja nie Nee Ich frag ja nie Ich Ja, ich hab grad Gegen meine Wand gehauen Da flippt er voll aus Der Ausraster 0-1 Ah, naja So stimmt ist es auch nicht Möchtest du mit mir Survival Games aufnehmen? Nein Nein Eigentlich nicht Nicht Wir könnten das aber echt mal machen So, irgendwann So Kannst du ja mit ihm machen Kannst du ja mit ihm machen Ich bin 15, bin beleidigt Ne, ne, ne Warum? Ihr seid doch schon 2 zu 3 Das ist immer kacke Vor allen Dingen Survival Games Wir sind zu 3 schon Wir sind auch eigentlich zu viert Aber Hangman hat ja keine Zeit Wir sind zu dritt Momentan in dem Survival Games Das heißt Ich könnte dich noch so mit reinbringen Weißt du? Verstehst du? Weißt du? Ach ihr seid schon zu Ähm Hühnchen Ein Hühnchen? Was? Ein Kind Chicken Ist das jetzt wirklich hier? Wie geil Tiere können durch so eine Teleportationstücke gehen Das weiß ich Wie geil Tiere können auch durch Portale von Portal Guns gehen Den Mod haben wir übrigens auch installiert Wer hätte das gedacht? Du mal so Am Rand Wenn ihr schon zu dritt seid Ne Das ist einfach Nichts für mich Da Ne 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 Also ja Ich sag ihm Du machst mit Ne 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 Ich kenn ihn überhaupt nicht Ne Ne Das hat dich bei Dings auch nicht gestört Bei wem? Bei Dings Da Sprich dich aus Sprich dich aus Na bei Dings da Hast du mir eigentlich meinen Cleanstone geklaut oder ist er jetzt noch da? Was war das denn? Was für Cleanstone? Das ist erst oder das war ein Zug? Ich wollte mich eigentlich muten aber ich hab mich zwar so schön mit dir unterhalten Der Zug ist lustig Ja wo geht's denn hier hin? Warum hab ich denn jetzt meine Treppe hier abgelassen? Das ist der Wayne Train Nach Guck mal Du hast mir nicht zugehört Keine Ahnung Ich wohne in irgendeinem komischen Dorf Das eh keiner kennt also ist mir das scheiß egal wohin der fährt Was haben wir denn? Basic Transmutation Basic Manchmal wenn ich mit Phipps im TS rede Dann fährt da so ein Zug vorbei und er kriegt so einen Hörschaden weil Phipps sein Mikrofon immer so laut gestellt wird Du kannst das ja auch lade sein Ich kann das gar nicht einstellen fällt mir gerade ein Das ist die Standardeinstellung die für Dauersenden bei TeamSpeak eingestellt ist Ja Oha Ja 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 Doch ich kann es natürlich in den Windows Einstellungen einstellen aber das wäre langweilig Wie hab ich denn die Harvester hingestellt? Wie macht man denn das nochmal? Achso du hast jetzt ein Haushühnchen ne? Hm also also wird direkt dran Was ich hab ein Haushühnchen? Ja du hast ein Haushühnchen Cooler Scheiß man Ich hab ein Haushühnchen Oh Schluck auf Ne warte mal das war jetzt falsch Ich weiß So das ist jetzt richtig Kriege ich denn jetzt? Ach da Gold Jetzt brauche ich noch mehr Clean Stone We need Clean Stone Clean Stone Clean Stone Clean Stone So So Mehr Clean Stone Für mich Jetzt muss ich mir erstmal K-K-K-K-Kabel Das mach ich Was du willst Meine Wahlkampagne ist Mehr Clean Nein Mehr Clean Stone Achso Mehr Kabel Für alle Mehr Kabel wären aber auch gut Kling Ne Mehr Clean Stone Mehr Kabel ist für die Telekom Tch Von wegen Silver Transmutation Ich bin mal gespannt, wenn Telekom die wirklich die Kosten hebt, ob sie davon irgendein Glasfaserkabel bezahlen, damit das irgendwann wieder billiger wird. Das wäre ja... Oh, wovon treibst du nachts? Lustig. Tin. Irgendwie wäre das für lustig. Natürlich. Gibst du mir mal ein bisschen wie Trois? Wie Trois? Das hört sich auch an, wie so ein bulgarischer Callboy. Du hast schon das mit Callboys, heißt das? Ja, ja. Ich glaube, ich bestelle dir zum 18. Geburtstag ein. Bist du zum 18. Geburtstag gemacht? Anwesend? Ich weiß es nicht. Ich nehme mich auch nicht, wenn du solche Sachen da so vorhast. Achso, dann spreche ich das vorher mit deinem Vater. Mit dem? Nee, das ist eine ganz schlechte Idee. Dann mit... Ich muss ja mal noch die ganzen Kabel austauschen. Sonst... Wir sind ja überall noch alte Kabel gelegt. Das ist ja wie bei der Telekom hier. Recht? Genau so sieht's aus. Ist ja schrecklich. Wo bin ich denn müde, verdammt? Boah. Ist ja überall noch alte Kabel hier. Alles noch Kupferkabel. Alles wie bei der Telekom, Junge. Meine Güte noch mal. Da. Wie treu's. Ach, nee. Ah, missing 22 Glass. Da machen wir noch mal ein bisschen Glass. Ist da wie treu's dran? Das Hühnchen sieht so geil aus, wie sich... Alter. Das sah so lustig aus. Dummes Hühnchen oder so. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Ach, Quatsch. Das kriegt bald seine Rache. Haben wir Glas? Die Rache des Hühn... Nein, das Glas brauche ich. Ich brauche Glas. Haben wir uns verstanden? Ich hab grad schon Glasfaserkabel bestellt. Ha. Bei der Telekom? Bei denen nicht. Bist mir so teuer, verstehst du? Mal wie denn sonst? Oh, guck mal, dein Hühnchen ist auf dem Bett. Boah. Ich hab ein Bett. Das sieht so niedlicher. Ja. Neben den... Neben den Küsten. Wo ihr es beobachtet seid, es verfolgt mich. Du wirst es töten. Jetzt gibt's. Nein, nicht. Ich lass es leben. So, fließt hier Strom. Oh, hier fließt Strom. Alter, wie geil. Jetzt kann ich die Zuckerrohr anpflanzen. Ich hoffe, das funktioniert so. Und zack. Okay. Okay. Die Zuckerrohr- Farm steht. Johann, das stimmt. Was verstehe ich? Möchtest du mit mir kommunizieren? Eigentlich schon. Kommunizieren. Was hat mir denn gestern eigentlich für ein geiles Wort geprägt? Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ah, jetzt sehen wir ja irgendwo eine Aufnahme. Das kann ich nicht. Hey. Nein, 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 nein. Das vergisst du. Das Wort war geil. Das ist so einfach scheiße. Dafür wird sich das alterend Lord Nellors sich gegen den Kopf fassen und sagen, du bist dumm. Ich? Er wird sagen, Philipp, du bist dumm. Das hat er ja ständig, soweit ich weiß. Nein. Das sind alles Sense-Row-Informatien. Das hat er mir noch nie ins Gesicht gesagt. Noch nie ins Gesicht. Er hasst mich außerdem, weil ich Sense-Row-Row 4 gekauft habe. Warum hasst er dich dafür? Weil er die Reihe Sense-Row nicht mag. Ja, irgendwie hat er wenig Planung von der Welt. Ich weiß. Also in Sachen Spielen finde ich das irgendwie auch komisch. Ja. Aber ist halt sein Geschmack. Da ist sogar deine Planung noch besser. Dankeschön. Das werde ich mir merken. Das war ein Lob, Mann. Ich weiß. Genauso wie, dass ich schlau bin. Ja, hast du aber recht. Hättest du wieder vergessen. Ich werde dir das jetzt andauernd unter die Nase halten, dass du gesagt hast, dass ich schlau bin. Aha. Das ist jetzt, aha. Okay. Logo. Ich brauche noch Eisenpipes. Eisenpipes. Iron. 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 Silber-Track-Track-Track-Track-Track-Track. Was braucht ihr da? Ich brauche noch mal eine scheiß Range. Ja, habe ich. Ach, da brauche ich auch wieder Permutasio Was? Der Typ da? Ja, ich brauche den Callboy Aus Kroatien Ja, unter anderem Aha Wir haben es rausgefunden Vielleicht auch aus Tschechien Oder der Ukraine So, mache ich hier eine Teleportpipe dran Und dann mache ich mir den Ach, na komm Naja, für das bisschen weh Können wir eigentlich schon mal Noch ein paar Präger Was mache ich da denn jetzt rein? Ich muss auch langsam mal zaubern Zauberst mir ja regelrecht davon Vakus Habe ich Vakus hier? Du hast Vakuum sonst wo, ja Oh, danke schön Achso, damit ist mein Kopf gemeint Nein Nein Das ist jetzt Geht's für dich falsch verstanden Achso, achso, okay Dann danke ich Danke ich Du dankst mir? Ja, ich danke dir Ich danke dir Bringst du mir irgendwas zu futtern mit? Vielleicht Ah, ich hab das Kabel zerstört Oh mein Gott Ich sterbe Brrrrm So Hol dir doch was aus dem System Da sind glaube ich 22.000 Fleisch drin Ich will aber was von dir Ich hol's auch aus dem System Oh, da ist was bei Da ist was bei Oh mein Gott Was fehlt mir jetzt noch? Ist hier irgendwo was? Taumium Mein Gott, ich hab schon Taumium Ich mach mir gleich eine Taumium aus Taumium Ne Doch Ne Doch Ne Doch Ne Scheiße Ich hab keine Shades Shades of Grey? Shades of Blades Nein, Shades of Blades Shades of Grey Hühnchen, verpiss dich doch Hier von diesem scheiß System Du magst es nicht, oder? Ich hasse es Siehst du Du magst es Eigentlich kann man ja dran gehen Ach, das sind Shades Oh Ich sag die ganze Zeit Shades Kommt 20 Seiten reichen Ja, machen wir da 22 Seiten mit Kommentar Naja, fippst du hoch und so Wenn wir so weit sind, sind wir richtig fängig Natürlich, natürlich Und dann hab ich besseres Internet Verstehst du? Verstehst du? Nö Den hab ich jetzt nicht vorstunden So So Sind die Kabel jetzt gelegt Beziehungsweise die Röhren Von hier unten kommt dann der Zuckerrohr rein Der Zuckerrohr Weißt das so? Das Zuckerrohr Der die das Zuckerrohr, Mann Der die das Ha 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 So Recycling Was? Wir hatten gerade Ohne scheiß denselben Einfachen Natürlich Was anderes kann man gar nicht dazu singen Heiße Das war strange Den 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 Ja Leser am Straß auf jeden Fall Teil meiner Kindheit Ich bin echt gestört Leed Transmutation Die fängt schon lieber jetzt an zu zaubern hier Glaubst du das? Bleed Ich flasste hier unten erstmal alles zu Damit hier irgendwas fertig wird Mal Ich Jetzt Kommen Fragezeichen Könntest du mir mal helfen? Fragezeichen Nein Ich brauche Was brauche ich denn? Das ist die Standardantwort Ich mache hier alles Ich baue hier alles Und ihr macht einfach nur scheiße Immer Du bist ja auch unser Server-Admin Aha Aha Der muss ja alles Außerdem nimmst du auf Der darf ja keine scheiße rein Aha Interessant Ich hasse dich zwar Aber naja Dankeschön Wie du auch immer erst Fünf Sekunden später reagierst Ich weiß nicht Schreib gerade mit jemandem Tut mir echt leid Tabut hat mir Nicht leid Was brauche ich jetzt nochmal? Ja ein Glas Du hast echt Null Plan oder? Ich bin gerade Zu sehr auf Einen Geburtstag eingestellt Auf Party Bayern Das wird Fett Party Fettmücken und alles und so Ja natürlich Wie letztes Mal Ja Wie letztes Achso Ich sollte daraus auch Vielleicht was Craften So Die Zuckerrohrform ist fertig Hey Und da passt sogar noch Eine zweite daneben Hm Hey Ich möchte nur drei Stücke Ja hab ich Eigentlich Könnte ich machen Theoretisch könntest du das machen Finde ich auch Mach ich auch Ich hab jetzt auch schon ein Lied Boah Ach du hast ein Lied Äh ich hab Ein Musikliches Stück Ja Aha Du hast ein Nee Das Nee Das kann ich jetzt nicht Oh nee Der Witz ist zu schlecht Nee Nee So Das war WhatsApp Ich hab's gehört Ich hab's gehört Nein war's nicht War's nicht War's wohl Okay war's doch What do you want to do Ich bastel mir jetzt was Klingt interessant Alter der geht mir grad auf den Sack Wer denn Oh ja und da müsste ich was drunter bauen Weil sonst sackt mir hier der Sand weg So Eventuell Wer schreibt der denn da Deine Dein Dein Deine Dein Penis Deines Penis Penis ist erstmal die grundsätzliche Antwort auf alles Penis gesagt Zack Zack So Und so Wie immer dein Handy grad auf den Sack geht Dankeschön Ich danke dir Von Herzen Dass du so direkt bist Immer gern Kann man das da reinmischen Alter ganz ehrlich Ich mach da gleich noch einen Kratzer rein Ich bitch das gleich an die Wand man Ja wie lange haben wir doch Wir haben eigentlich 21 Minuten Aber hallo Das geht ja auch so schnell Das ist der Wahnsinn Das ist der Wahnsinn Warum schickst du mich in die Hölle 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 Eisgalt Lässt du meine Seele erfrieren Erfrieren? Geh frieren Echt? Geht das so? Ich glaube ja Wusste ich gar nicht Ich bin ja der Schlagerkönig Achso Sag das doch Ich bin ja Schlagerkönig Punkt Gleich hab ich auch schon Kupfer Kann man denn jetzt noch Ich sollte das alles noch rausnehmen So Jetzt mach ich noch ein bisschen Zuckerrohr hier drauf Und dann läuft die Scheiße Weißt du? Ich glaube ich hab jetzt alle Transmutations Alle? Kupfer Ja Ja Nein nicht alle Iron Transmutations Kupfer Silber Was können wir denn eigentlich da unten machen? Lied Äh die Rohstoffe Du kannst mal diese Flammen erforschen Diese kleinen Hab ich glaube ich schon Die mal herstellen Ja hab ich schon Ja wenn du mir so ein Kessel baust Ich weiß nicht wie mehr wieder geht Den baue ich dir So Wir machen jetzt erstmal Schluss Wir haben Kommst du mal eben nochmal zugutachtest mein Werk Wo bist du denn? Unten in meinem Keller Ganz hinten Ganz hinten? Ja Es funktioniert auch wie ich gerade gesehen habe Ganz hinten Ja Der Zuckerrohr wird dann transportiert Also bei mir bin ich schon da Ob ich bei dir schon da bin weiß ich nicht Du stehst davon Werde ich auch gleich zurückgesetzt Ja Jetzt lösst du Ich werde zurückgesetzt Jetzt lösst du Wunderschön Das sieht aus wie Eine Hanfflantage Eine automatische Hanfflantage Woher weiß ich denn Ja Mach hier doch Glas hin Dann kannst du es immer so angucken Und dann sagen Das ist mein Hanf Muss nicht unbedingt jeder sehen Weißt du wenn die Regierung hier rein stimmt Dann muss das ja nicht sein Das ist okay Okay Verstehe ich So Aber sie ist echt fertig Der Raum ist fertig Und die Plantage ist auch fertig Ja und wir sind heute für Aufnehmen auch fertig Echt jetzt? Sind wir schon so lang dabei? Ja Das war eine Stunde Okay Mach gut Ich muss mich jetzt fertig machen Ich muss mal dieses Kabel hier noch entfernen Das muss noch sein Dieses Kabel trägt deinen Namen Das war völlig voll Schubidubidubidubdabdibidu Ich weiß Dieser Weg wird kein leichter sein Nein Dieses Kabel Ach das hattest du im Kopf? Äh Nee Eigentlich auch nicht Ich hab ein ganz anderes Lied im Kopf Nicht viel übertragen Dieses Kabel wird von der Telekom sein Wird steinig und schwer Ja Ja Nein Wird von der Telekom sein Das hört sich am besten an Meinst du? Achso Achso Alle Glasfaser Kabel jetzt Alles Glasfaser hier Alright Komm Klack Alles Das muss jetzt noch sein Das ist jetzt ein ganz kleinen Moment noch Ja Bitch please Weil Ja du musst es ja hochladen Ja weil Wenn wir das jetzt nicht an ich anschließen Dann schwöre ich dir Wir kriegen keinen Strom Und dann Haben wir den Salat Warum ist hier unten ein Netherportal? I don't know Lass mich hoch Lass mich hoch Lass mich hoch Lass mich hoch Äh bück dich hoch Was? Kennst du das noch? Nein Das Lied Von Deichkind was glaube ich Mir kommt gerade dieses Lied von Laserkraft 3D in den Kopf Nein Mann Ich will doch nicht gehen Ich will doch ein bisschen tanzen Das war richtiger Party Alter ich verstehe nicht warum Damals bist du vorab gegangen und so Natürlich Damals war ich noch der Schläger Naja Ich glaub dir ihr kann Müsstest taglich So Okay Ich hab's Wir haben's Ah Schön Ich hoffe Das klingt hochinteressant Ich hoffe Erzähl mir mehr über dieses Thema In der nächsten Folge Bleiben die Chunks hier geladen? Sollten sie doch Du hast doch einen Chunkloader aufgestellt Ja ich weiß zwar nicht Moment Okay jetzt geht die Aufnahme wieder Ich hab eben kurz was Gefailed Ja Oh du toll Ah okay Okay jetzt lag das kurz Aber wir können sehen Woher die Chunks geladen sind Oder können wir Wieso bin ich denn jetzt in dieser Ansicht? Toll Es scheint so Als ob alle Chunks geladen bleiben Die geladen bleiben müssen Wir könnten natürlich auch einen zweiten Chunkloader zur Sicherheit abstellen Aber Aber nee Das muss ja nicht sein Das wollte schon passieren So Hier kann ich das wieder wegmachen Hallo ich will das weghaben Was? Ah okay Jetzt ist es weg Okay Ich hab nur grad ein bisschen mit den F-Tasten gespielt Also F7 Wie fick dich und so Nein Hä? Achso Schön Das habe ich Ich bin jetzt weg Alter Ich Nein Du bist jetzt weg Tschüss Ja Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Leute Bei Techdown Haut rein Macht's gut Auf Wiedersehen Und Tschüss Tschüss